Platz 3! Wo bist du? Wo bist du besser wie Fritz? Fuck, Alter, ich hab komplett reingekackt. Wo bist du, Fritz? Oh, nee, Digga, das war's komplett an der Stelle. Wo bist du denn? Fritz, wo bist du? Mittelfeld. Ach, du Scheiße. Wie ist denn, wie ich mich freue? Besser als Fritz in der Challenge! Hat für mich auch nichts mit Zerweibel zu tun, diese Rotz-Challenge, wirklich. Ich will in einer Challenge besser sein als Fritz, hätten alle mich ausgelacht. Dann noch bei so einer Challenge, hätten alle gelacht. So ein Müll. Braucht keiner, wirklich. Sowas braucht keiner in dieser Serie. Forget die, forget die! Ist mir scheißegal, ich hab wenigstens ein chilliges Bett, so.